Mein Name ist Matthias Rohr, ich bin Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der Multikar in Mannheim. Ich liebe meinen Job, weil ich jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite und deren spannenden und komplexen Probleme lösen darf. Ich arbeite dabei in einem großen Team, das auch sehr unterschiedlich ist, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Generationen und die Leute zusammenzubringen und zu einem tollen Team zu formen, macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.